Ja, die kann man doch machen. Ah, das Rest des Links kopieren. Ja, aber nur fast. Fast, fast. Sehr schön, geht doch. Jusifo, ich habe auch damals auf PS2 gespielt. Ah, komm du jetzt hier. Scheißpringer. Ja schau trug. Driller, start hacking their network. You need to establish a connection before you get to the bank. So I need some relief now, what I'm having to do. You need to turn between and off. You have to go, what I'm going to do. No, 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 no. The hacking program is cleaning up after you, so you can take as many shots as you want and they won't know they're being attacked. Once you walk through those doors, there's no turning back. Well, actually, there's no turning back right now because I've put a lot of work into this und ich werde mich wirklich, wirklich wütend mit dir, wenn ich es nicht überrascht. Ich würde wahrscheinlich versuchen, zu sprechen zu dir für eine Woche, und dann spüren die Angst vor deinem Becken, und vielleicht ein Leben auf deine Seite über wie ein Greeper du bist. Ja, und es wäre es gefährlich, wenn ich mich überrascht würde, würde ich nicht? Ja, aber in der Zeit der Internet, wenn nichts ist vergessen, und die Jubilierung ist schlimmer als death. Insofern... Nein, nein, das ist nicht das. Ich würde mich über die Deathsredner, oder, zumindest die Jubilierung-Threaten, Ich finde, was du bei dir im Theater? Ich werde mich überrascht. Ich werde mich überrascht. Er muss mich überrascht und ausstreichen, und dann würde ich mich überrascht. Ich werde mich überrascht. Okay, wir werden uns mit mir überrascht. Und jetzt ist nicht so, dass wir das machen. Wie sagt ihr oder? Guck mal, wenn du dich überrascht hast, dass ich mir meine Gedanken machst. Das ist ja so, dass du in der Tür gehst, wenn du in der Netzwerke bist, kannst du die Tür auf deinen Telefon öffnen. Geh zurück in der Saft-Deposit-Rolle und starte drillen. Geh die Box, komm raus, geh in den Auto und schick die Runde! Verdammt! Äh, XX SideShare, moin! Alles klar bei dir? Willkommen erst mal! Du bist schon auf der Autobahn, ne? Ja. Ich merke es. Es ist auf der Bank. Ah, verdammte Kackse! So, nochmal! Wom verkacke ich denn jetzt, ey? Oh, Knappe! Ja, wie die Knappe-Geschichte! Bingo! Bandtracks! Die Musik hört man leider nicht so gut, irgendwie gar nicht! Ich kann es doch ein bisschen lauter machen! Das hier ist wahrscheinlich ein bisschen besser so, ey! Verählte das die Seele... Toch im Podium opened! Neh, zwei, zwei, zwei! Ö, zwei, drei... Naja, dann! Gb, drei, zwei, vier... Gb, drei, drei... Gb, drei, vier, eins, zwei! Gb, drei, zwei, 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 drei, zwei, drei, zwei, drei... Gb, drei, zwei, drei, 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 zwei, drei, zwei, drei, drei... Naja, da ist doch das aber... So, wenn wir nicht rum bohren, das ist ja kein Problem, dann kann man sich das gleich nochmal wünschen. Ohpala, Gottes Willen, ich glaube einige kennen es definitiv. Ohpala, Gottes Willen, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ohpala, Gottes Willen, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ohpala. Ohpala. Das ganze Haus, so. Sehr schön. Schön durch die Clippen. Mit Kleid gehört. Mhhh! So, jetzt an-docken! Oh! Der zwar runter. Das ist ein Billiger. Hallo, Holtbacker. Richtig ist Tommi, wir müssen nochmal neu starten. Nein! Das müssen wir mischen. Noch mal Glück gehabt, hm? Aber ich habe ja auch so lange gearbeitet, aber wir wollten ja auch nicht. Das habe ich lange gebraucht. ivi immer so neun MinutenG煮tty. Naja, mehr Deinsustehen vor uns, das hat er mitgezählt. Press president яв es einfach zum 7 villarsGER. M-m-m-m-motsiki-k, Lululululululude Chris Killkillkillkilll Sama, Eurose-Rainbow! Ich meine, wie wäre die AC? Ja. Gut geschätzt, ne? Eurose-Rainbow... Oh, weißt du, das! Oh, Tabel ab! Das läuft doch... Ich hab meinen Stoß habe ich auf. Das hat auch gereicht die ganze Erlebnisse. Oh! Ich hab's mal wieder mit diesen Liederwünschen hier. Tausende. Was ist passiert? Was ist passiert? Ach ja. So. Ein bisschen Hintergrund. Musik. Was soll das? Hallo. Ich tippe sie mich ins Auto. Ich tippe sie mich ins Auto. Ich tippe sie mich ins Auto. Ich tippe sie mich. Ich tippe sie sich ins Auto. Es ist keine schöne Sache. Hab ich ne Einladungslobby. Yo! Ich hab ne Einladungslobby gerade auf. Aber wer hat Bock, noch ein bisschen mitzuzocken, kanns gerne machen. Ich hab dir doch mal ein Auto vor deinem Auto geschenkt. Danke. Danke. Ich hab ja hier auch ein paar Autoren. Ich hab ja mal einen Kuruma reinstellen. Mal sehen, ob es was bringt. Okay, ein Jahr kannst du auch so fahren. Aber ich würde mal sagen, du kannst das in dem einen Jahr auch so lassen. Bevor die dich einfach mal so erwischen. So, Leute, wir haben zwei Plätze frei für die Mission. Ich würde eigentlich ganz gerne den Pacific Standard-Kaubüberfall nochmal machen. Wollen wir ein bisschen Kohle austeilen. Wer Bock hat, kann definitiv mit reinkommen. Lad mal bitte meinen Doppelgänger ein. Warum dein Doppelgänger? Jo. Jo. Jo, alles klar. So, schönen guten Morgen an alle, die natürlich neu dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen oder seid noch nicht im Bett gewesen. Oder weißt du was ich. Ja, da bin ich ja. Das ist wunderbar. Das ist doch schön. Oh nein! Du bist ja noch nicht im Bett. Es kann eben nicht mehr als Abschluss. Du hast doch auch noch mal einen neuen Account. Na ja, du hast ja noch nicht mal einen Annasen. Das kann ja noch mal einmal. So, du hast dich. Ich kann ja auch mal einen neuen Account. Dann steht da schön Iceman 862. Einladungs-Party-Einladung habe ich. Jetzt kriegst du noch eine Spieleinladung. Nein. Dann habe ich dich überhaupt mit großen Action Null in der Liste. Nein. Siehste, da war ja was. Fürchterlich ist das ja immer diese Hin- und Her-Wechselrei. Da hat jemand auch noch einen doppelten Nick. Da muss ich schon wieder aufstehen, weil ich hier nichts sehe. Okay, da. Dann brauchst du eine Brille, sag mal. Dann habe ich doch schon auf. Aber der Fernseher ist ja so klein und der ist ja so drei Kilometer weg. Seh ich mal so scheiße. Drei Meter noch. Drei Kilometer. Was hast du für ein Fernseher, wenn der so klein ist? Was ist denn das? 40, 42 Zoll oder so? Das ist klein. Sag mal. Kann auch unter 40 sein, die kleine Glotze. Oder? Ich habe einen 40 Zoller. Also der ist schon relativ groß. In meiner alten Hütter den 52 Zoll Fernseher. Ja, die sind dann etwas klein. Ja, zum Zocken sind die auch schon zu groß.